In der kleinen Gemeinde Pupuki auf Hawaii lebte Thelma Boyneville mit ihrer Familie. Thelma wurde am 4. Februar 1966 geboren und war zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt. Sie war mit ihrem Ehemann Kevin Emery verheiratet und die beiden hatten eine 8-jährige Tochter namens Makana. Zu Beginn der 90er war Thelma von Brasilien nach Hawaii gezogen und hatte sich sofort in die Lebensweise der Insel verliebt. Sie arbeitete als Teilzeitlehrerin an der örtlichen Schule Sunset Beach Elementary und verbrachte den Rest ihrer Zeit damit, ein stressfreies Leben zu führen und ihre Familie von zu Hause aus zu unterstützen. Thelma hatte die ultimative Work-Life-Balance gefunden. Sie konnte nicht nur die Familie ernähren und Geld in den Haushalt bringen, sondern hatte auch noch viel Zeit für ihr eigenes Hobby. Hawaii war auch der perfekte Ort für ihre Leidenschaft, das Surfen. Sie übte diesen Sport viele Tage im Jahr mit ihrer Familie und ihren Freunden aus und war anscheinend auch sehr gut darin. Aber ihre Interessen gingen über das große, weite Meer hinaus. Sie war auch dafür bekannt, regelmäßig joggen zu gehen, machte sehr gerne Yoga, übte sich in Kampfsport und versuchte sich auch im Backen. Um die Finanzen der Familie aufzubessern, nahm Thelma einen weiteren Teilzeitjob als Reinigungskraft an. Die Familie hatte vor, einen Urlaub außerhalb der Insel zu machen und so spielte das zusätzliche Geld eine große Rolle für sie. Das Datum war nun der 7. Dezember 2017. Es war ein Donnerstag Nachmittag und Thelma reinigte ein Airbnb in der Kalki Road in der Nähe der Kleinstadt Rockpile. Da am späten Nachmittag ein paar australische Touristen eintreffen sollten, musste Thelma dafür sorgen, dass das Zuhause in der Ferne sauber, einladend und für ihren Aufenthalt bereit war. Sie gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn und bat sie im Auto zu bleiben und einen Film anzusehen, während sie ins Haus ging, um dort zu putzen. Alles war ruhig und normal und sie ging hinein, um ihre übliche Arbeit zu erledigen. Es war jetzt 15 Uhr, drei Stunden später als geplant. Langsam war es an der Zeit, die australischen Reisenden einzuchecken. Und dank der Fernzugriff-Passwort-Funktion von Airbnb musste niemand ihnen die Tür öffnen. Aber als sie sich der Eingangstür nährten, schien etwas an diesem Ort nicht zu stimmen. Und leider bestätigte sich dieser Verdacht, als sie durch die Eingangstür gingen. Und was sie vorfanden, war ein verheerendes, gespenstisches Bild. Thelma Boynwal wurde auf heftige Weise ums Leben gebracht. Ihr Kopf, ihr Gesicht, ihre Schultern, ihr Oberkörper, ihre Arme und Hände waren mit stumpfen und spitzen Verletzungen überseht. Die Tatwaffe, darunter ein Baseballschläger, ein Hammer und ein Messer, wurden alle in der Nähe gefunden. Der Name Exel wurde mit Blut über einen der Haupttürrahmen geschrieben und fast alle Räume waren völlig durcheinander. Die Touristen rannten nach draußen und riefen sofort die Polizei. Als sie ankamen, fanden sie Thelmas Tochter Makana im Obergeschoss. Sie war gebunden und verschnürt, aber glücklicherweise unverletzt. Dies war ein äußerst traumatisierender Moment in Makanas Leben und wird leider noch viele Jahre lang schwerwiegende Folgen haben. Obwohl sie immer noch verwirrt und verstört war, konnte das junge Mädchen den Beamten dennoch erzählen, was genau ihr und ihrer Mutter in den Stunden zuvor widerfahren war. Anscheinend klopfte ein sehr unheimlicher Mann mit grünen Haaren an die Scheibe, während sie noch im Auto einen Film schaute. Dann öffnete er die Tür und sagte zu ihr, wir haben gerade deine Mutter ums Leben gebracht. Makana erinnert sich auch daran, eine Frau bei ihm gesehen zu haben. Sie wurde dann ins Haus gezehrt, festgebunden, verhüllt und in eines der Schlafzimmer gebracht. Und dann verschwanden die beiden Täter einfach mit Thelmas Auto vom Tatort. Thelmas Umfeld erfuhr schnell von ihrem Schicksal, darunter auch ihr Schwager, der zufällig der in der Gegend bekannte Surfer Gerrit McNamara war. Der Mann war so verzweifelt, dass er einen verzweifelten und emotionalen Aufruf an die Öffentlichkeit richtete und jedem, der ihre Täter fassen konnte, 100.000 Dollar anbot. Zusammen mit der Beschreibung der grünen Haare, die Thelmas Tochter gegeben hatte, hielten die Behörden und die gesamte Gemeinde North Shore nun Ausschau nach Thelmas verschwundenem Fahrzeug, einen silbernen Toyota Catcoma. Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis das Fahrzeug gefunden wurde und nur sieben Stunden nach der Tat wurde Thelmas Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe der Stadt entdeckt. Und ob man es glaubt oder nicht, auch ihre Täter wurden darin gefunden. Ein Mann und eine Frau, beide in ihren Zwanzigern, wurden am Tatort festgenommen. Der Mann hatte tatsächlich grüne, clownartige Haare. Er widersetzte sich seiner Verhaftung und schrie dem Beamten zu, dass sie ihn einfach ums Leben bringen sollen, da er es verdient hat. Die Frau war bei ihrer Verhaftung relativ ruhig, schien aber dennoch geistig verwirrt zu sein. Auch sie sagte zu den Beamten, dass diese einfach eine Waffe ziehen sollen, denn ihr Leben ist seit heute vorbei. Die Verdächtigen wurden letztendlich als der 23-jährige Stephen Brown und die 20-jährige Hayley Dan Duran identifiziert. Die beiden waren ein Paar und seit mehreren Monaten zusammen. Bei Hayley wurde eine Bankkarte gefunden, die Thelma gehörte. Sie trug auch Thelmas Ohrringe und Makanas kleinen Rucksack. Und um diese erschütternden Details noch zu ergänzen, an den Händen beider Verdächtigen klebte getrocknetes Blut. Da nun beide Verdächtige verhaftet waren, richtete sich das Augenmerk auf Stephen und Hayley. Doch dies warf nun noch mehr Fragen auf. Wer genau waren sie und was weiß man über die beiden? Stephen Brown, der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 23 Jahre alt war, lebte seit einigen Jahren auf der Insel. Er wurde in Ohio geboren, verbrachte aber den größten Teil seines Lebens in Florida. Seine Kindheit war leider von Vernachlässigung geprägt, sein Vater war nie präsent und seine Mutter war oft nicht auffindbar. Anscheinend war sie oft in der Nähe verschiedener anderer Männer. So musste Stephen sich und seine jüngere Schwester alleine durchs Leben bringen. Dies führte schließlich dazu, dass er in Pflegefamilien lebte, bis er im Alter von elf Jahren letztendlich von der Familie Brown adoptiert wurde. Klassenkameraden beschrieben ihn als sehr seltsam und diejenigen, die ihm am nächsten standen, wussten von seiner aggressiven Art. Nach den Ereignissen vom 7. Dezember kamen weitere Anschuldigungen auf, dass er seine Ex-Freundin mehrfach körperlich angegangen sei. Es ist nicht überraschend, dass dies nicht sein einziger Konflikt mit ihm gesetzt war. Stephen wurde im Dezember 2016 wegen Diebstahls der Klasse C angeklagt. Im Juli 2017 wurde er gegen Kaution freigelassen, erhielt dann aber einen Haftbefehl, als er gegen die Bedingungen seiner Bewährung verstieß. Irgendwann im Jahr 2015 zog Stephen nach Hawaii und lebte dort seither als hoffnungsloser Verlierer. Auf seiner Facebook-Seite gab er als Beruf Sänger und Gitarrist an. Allerdings kann sich niemand daran erinnern, dass er jemals in einer der örtlichen Bars oder Veranstaltungsorte gespielt hat. Entweder hat er nie öffentlich gespielt oder die Geschichte erinnert sich nur an sein Talent. Stephen war auch dafür bekannt, seine Mitbewohner zu verärgern. Er schrieb seinen Namen auf subtile Weise auf ihre Besitztümer oder an versteckte Stellen in ihren Zimmern und kaufte sogar einen Hund, obwohl dies im Mietvertrag nicht erlaubt war. In einem Moment der Unvernunft besprühte er sogar seinen Hund mit Farbe, weil er dachte, das würde cool aussehen. Wie auch auf seiner Facebook-Seite zu sehen ist, hatte Stephen sich den Namen Axel Hayes Hendricks gegeben. Dieser Name stimmte mit dem Namen Axel überein, der in Blut über der Tür am Tatort geschrieben gefunden wurde. Auf Stasens Seite wurde außerdem ein erschütterndes Video gefunden. Er hatte es mit seiner damaligen Freundin Hayley aufgenommen, die zufällig auch die zweite Verdächtige in diesem Fall war. Das Video wurde nur elf Tage vor Thelma's Mord aufgenommen. Die beiden sprachen über ihr Ende und darüber, wie sehr sie ihr Leben hassten und lachten darüber. Hayley war eine 20-jährige Frau, die ebenfalls auf der Insel lebte. Kurz nachdem sie im Juli 2017 von Bend, Oregon nach Hawaii gezogen war, lernte sie Stephen kennen und verliebte sich in ihn. Nun, trotz ihrer Fassade, die im Rahmen dieses Falles bisher als gestört wahrgenommen wurde, erinnern sich mehrere Klassenkameraden von ihrer Schule an sie als bescheiden und freundlich. Sie war die Tochter eines Grundschullehrers und schien sich in der High Lakes Elementary School gut zu machen. Obwohl sie den größten Teil ihres Lebens in Bend verbracht hat, hat Hayley bei ihren Mitmenschen nur einen sehr schwachen Eindruck hinterlassen. Interview-Anfragen bei fast 80 ehemaligen Klassenkameraden führten nur zu einer Handvoll verschwommener Erinnerungen und alle beschrieben sie als ruhig. Es wird angemerkt, dass sie von der Schule verschwunden ist und bei der Polizei zweimal als vermisst gemeldet wurde. Als die beiden in Gewahrsam genommen wurden, zeigten sie eine widerliche Zuschaustellung von Stolz über Thelmas Mord, indem sie in die Kameras lachten und lächelten. Die beiden wurden am nächsten Tag vor Gericht gestellt, wo Stephen gegen eine Kaution von 1 Million Dollar und Hayley gegen eine Kaution von 500.000 Dollar festgehalten wurden. Obwohl sie die Polizei anflehten, ihrem Leben ein Ende zu setzen und sie offensichtliche Anzeichen dafür zeigten, dass sie ihre mutmaßlichen Verbrechen akzeptierten, plädierten sowohl Stephen als auch Hayley auf nicht schuldig im Mordfall Thelma. Die Ereignisse, die zu ihrem Ableben führten, lassen sich wie folgt rekonstruieren. Es war kurz vor Nachmittag, am 7. Dezember 2017. Thelma kam bei ihrem R&B Unterkünften in der Keikki Road an, um zu putzen, Wäsche aus dem Trockner zu holen und Blumen im Haus zu platzieren. Sie ließ ihre Tochter im Auto, damit sie sich einen Film ansehen konnte und ging durch die Eingangstür, um festzustellen, dass sie nicht alleine war. Stephen und Hayley waren nur wenige Minuten zuvor in das Haus eingebrochen und als sie merkten, dass sie nicht die Einzigen waren, drohten sie Thelma etwas anzutun. Sie hatten keine Ahnung, wer sie war und sie kannten auch keine von ihnen. Dennoch verpassten Stephen und Hayley ihr heftige Hiebe und maltretierten sie und brachten sie schließlich ums Leben. Nachdem sie ihre Autoschlüssel, Ohrringe und Bankkarten eingesammelt hatten, gingen sie nach draußen und stellten fest, dass ihre Tochter im Auto wartete. Stephen nahm sie, sagte ihr, dass sie ihre Mutter ums Leben gebracht hätten, zerrte sie ins Haus, verbanden sie mit Klebeband und ließen die dann zurück, nachdem er sich herzlos über ihre Tat gefreut hatte. Dann kehrten sie zu Thelmas Wagen zurück und warteten im Inneren des Fahrzeugs. Kurze Zeit später bemerkten sie zwei australische Touristen, die auf das Airbnb zugingen und in diesem Moment wurde ihnen klar, dass es an der Zeit war, sich aus dem Staub zu machen. Nach mehreren Stunden auf der Flucht wurden sowohl Stephen als auch Hayley auf den Parkplatz eines nahegelegenen Walmart-Supermarktes festgenommen. Sie wurden dann umgehend verhaftet. Anschließend wurden sie wegen Mord des zweiten Grades, Verschleppung, Raub und anderer Anklagepunkten in Zusammenhang mit Thelmas Mord angeklagt. Zunächst war nicht klar, ob Stephen und Hayley getrennt oder gemeinsam in einem Prozess vor Gericht gestellt werden würden. Letztendlich entschied man sich für getrennte Verfahren. In dieser Zeit herrschte große Frustration, da es über fünf Jahre dauern sollte, bis einer von ihnen vor Gericht gestellt wurde. Weitere Empörung krach aus, als Hayley während der Wartezeit fast aus dem Gefängnis entlassen wurde, da sie, um ihren Anwalt zu zitieren, unschuldig war, bis ihre Schuld bewiesen war und es nicht verdiente, hinter Gittern zu sitzen. Zum Glück sollte das nie passieren und fast fünf Jahre nach Thelmas ableben und nach mehr als 20 Gerichtsverzögerungen sollte Stephens Prozess endlich beginnen. Der Prozess gegen Stephen Brown begann im Januar 2023, was bedeutet, dass Hayley Dandruan danach einen Prozess haben würde. Stephen trat zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand und beantwortete die Fragen in einem weitgehend monotonen und desinteressierten Ton. Er sagte unter Eid aus, dass er Thelma nicht ums Leben gebracht habe und deutete an, dass es seine damalige Freundin gewesen sei, die den Mord begann habe, als er sie alleine gelassen habe. Er behauptete, dass er sich nur des Einbruchs und der Verschleppung schuldig gemacht habe und sagte, dass Hayley diejenige sei, die für Thelmas Ableben verantwortlich ist. Anscheinend bestand seine einzige Absicht darin, die Gitarre und den Champagner zu stehlen, die sich im Haus befanden. Stephen behauptete auch, dass Hayley eine Machete ergriff, als Thelma das Grundstück betrat, sie anwies, sich hinzulegen und sie dann ums Leben brachte, während Stephen draußen auf dem Grundstück patrouillierte. Die stünde jedoch im Widerspruch zur Aussage von Thelmas Tochter, die im zarten Alter von 13 Jahren in den Zeugenstand trat, um ihre Geschichte zu erzählen. Makana erinnerte sich an den Moment, als Stephen sich dem Fahrzeug näherte, ihr sagte, dass er ihre Mutter ums Leben gebracht habe, sie dann packte und ins Innere brachte. Während seines Prozesses wies die Autopsie auf Wunden an ihren Händen und Armen hin, die wahrscheinlich in Notwehr entstanden waren. Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass dies geschehen sein musste, bevor sie festgebunden wurde, was Stephens Geschichte widerlegte. Die Staatsanwaltschaft und ihre lange Liste von Zeugenaussagen brachten weitere widerliche Details ans Licht und viele dieser Details fielen nicht zu Stephens Gunsten aus. Es wurde festgestellt, dass Beamte kurz nach Stephens Verhaftung versuchten, seine Hände mit Papier und Klebeband abzudecken, um Beweise zu sichern. Stephen antwortete dann, ich weiß, was sie vorhaben. Wenn sie mir nicht helfen wollen, werde ich mir selbst helfen. Anschließend leckte er sich das Blut von seinen Händen ab. Abgesehen von diesen widerlichen und empörenden Details schienen alle vor Gericht vorgebrachten Informationen auszureichen, um die Geschworenen in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und nach nur wenigen Stunden der Beratung kamen sie zu folgender Entscheidung. Wir, die Geschworenen, in diesem Fall haben Stephen Brown in Anklagepunkt 1 schuldig des Mordes, zweiten Grades, in Anklagepunkt 2 schuldig der Verschleppung, in Anklagepunkt 3 schuldig der Verschleppung, in Anklagepunkt 4 schuldig des Einbruch ersten Grades. Obwohl Stephens Prozess nun abgeschlossen ist, steht seine Verurteilung noch aus. Es wird jedoch allgemein erwartet, dass er eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung erhalten wird. Hayley ist nun in heller Aufregung, während sie auf den Beginn ihres Prozesses wartet. Und wie bei Stephen zu erwarten war, wird auch sie wahrscheinlich für schuldig befunden werden. Es ist ziemlich aufschlussreich, die Dynamik zwischen einem Paar von Tätern zu beobachten, da sie sich in der Regel irgendwann gegeneinander wenden. Und in Stephens Fall gab er Hayley schließlich die Schuld an Thelmas Ableben. Dies scheint auch der Ansatz zu sein, den Hayley verfolgt, denn jetzt gibt sie Stephen und der toxischen Beziehung die Schuld an ihrer Beteiligung. Niemand wird jemals wissen oder verstehen, wie verzweifelt und verängstigt Thelma in ihren letzten Momenten gewesen sein muss. Sie liebte ihre Familie und ihre Freunde, aber niemanden mehr als ihre Tochter. Und obwohl Makana glücklicherweise in Sicherheit blieb, sollte Thelma das nie erfahren. Am 2. Februar 2018 fuhren Thelmas Familie und Freunde aufs Meer hinaus, um sich zu verabschieden, während sie ihre Asche ins Meer streuten. In Begleitung von Dutzenden Menschen, die am nächsten standen, sagten viele, dass sie nun wieder dort sei, wo sie hingehöre. Ihr Ehemann Kevin hat seitdem Reportern erzählt, dass er bereits Frieden mit den Tätern geschlossen habe, die seine Frau ums Leben brachten. Kevin und Makana leben weiterhin auf Hawaii und bewahren die schönen Erinnerungen an ihre Frauenmutter. In einem seiner Beiträge schrieb Kevin, ich bin der glücklichste Vater der Welt, Makana als meine Tochter zu haben. Sie ist so wertvoll und so schön. Eltern zu sein, ist wirklich das beste Geschenk. So schön wie ihre Mutter. ... ...